So, jetzt haben wir da 5 Volt eingestellt, dann messen wir mal das Signal, weil der Hajo hat ja gesagt, man kann das ganz super messen mit dem Oszilloskop. So, jetzt haben wir hier 5 Volt Spitze, Spitze und das haben wir ja gelernt beim Video davor. Das kann ich jetzt hier ablesen. Ich habe 500 Millivolt pro Kästchen, 501 Volt, 2 Volt, 2,5. Ja, rechnet man es aus, 2,3 Volt. Das ist jetzt da schon wieder verkehrt. Jetzt habe ich hier 35 Megahertz und 5 Volt, Spitze, Spitze. Das Oszi, das kann doch 100 Megahertz. Warum macht es mir jetzt da 2,2 Volt? Ja, das erkläre ich euch jetzt in dem Video, weil das ist ein Thema, da muss man echt aufpassen. Also, da stolpert man relativ schnell in der Falle, weil man liest da oben 100 Megahertz beim Oszi, aber das werden wir in diesem Video auf den Grund gehen. Also, da braucht es keine Angst haben. Das sage ich euch, warum das so ist. Davor schauen wir uns aber noch was anderes an, weil ich das auch ganz, ganz oft gefragt worden bin. Wie funktionieren überhaupt diese Eingänge? Wie hängen diese Eingänge untereinander zusammen? Und was ist diese Eingangskopplung, die wir da drin haben? Weil man kann nämlich pro Kanal eine sogenannte Eingangskopplung einstellen. Die steht hier oben, Coupling, DC, AC und Ground. Also Gleichspannungs-, Wechselspannungs- und Groundkopplung. Dazu gehen wir nochmal genauer auf die Signalformen ein. Was ist eigentlich AC-Spannung, DC-Spannung? Und da gab es nämlich auch ein paar Fragen in den Kommentaren. Da gehen wir heute ganz genau drauf ein, damit da keine Unklarheiten wieder da sind. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, warum das hier so blöd rummacht. Und was eventuell die Tastköpfe, die Kabel oder das Oszi uns für Probleme macht. Jetzt betrachten wir einfach mal unser Oszi. Und jetzt schauen wir uns mal grundsätzlich einfach mal an, was das hier vorne, hier links haben wir den Signalgenerator, was das hier vorne überhaupt für Anschlüsse sind. Die Anschlüsse, damit ihr das mal wisst, wie die heißen, sind sogenannte BNC-Anschlüsse. Also weiches BNC-Anschluss. Das ist so ein klassischer Bajonett-Verschluss. Den steckt man ein, dreht so eine Viertelumdrehung oder was rüber. Und dann steckt er in der Messtechnik unglaublich gängig. Kennt man auch in der Funktechnik. Also früher bei den PCs hatte man auch so Stecker mit den alten Netzwerkkarten. Also ein ganz, ganz häufig verbreiteter Anschluss. Und wir müssen uns jetzt mal anschauen, was dieser Anschluss eigentlich wieder aussieht, innen drin, was der für einen Aufbau hat. Und zwar haben wir hier mittig einen Leiter und außenrum haben wir einen sogenannten Schirm. Also da ist ein Metallgeflecht drumherum und innen drin, ich habe hier ein Bild davon, dann seht ihr es besser, und innen drin haben wir einen Leiter in der Mitte. Wenn man jetzt eine Symmetrie-Linie einzeichnen würde, eine Achse einzeichnen würde, hat man quasi einen Kreis und einen größeren Kreis außen drumherum. Das heißt, diese Kreise befinden sich um eine Achse drumherum. Und wer Maschinenbau gemacht hat, der weiß, es ist die Abhängigkeit, die man dafür benötigt, im CAD-Programm zum Beispiel, heißt koaxiale Abhängigkeit. Also koaxiale Abhängigkeit, eine Achse für mehrere Kreise. So, und das Ganze nennen wir jetzt einfach Koaxialkabel. Fertig. Das war's schon. Das ist ein sogenanntes Koaxialkabel. Jetzt wissen wir mal, was das Kabel ist, wir wissen, was der Stecker ist, BNC-Anschluss. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie das Ostsee-Intern aufgebaut sein muss. Bei dem Oszilloskop haben wir 230 Volt dran. Also hinten kommen irgendwo 230 Volt rein. Jetzt ist natürlich 230 Volt immer so ein Thema, da gibt es aber ein paar Gerätenormen. Und wenn man zum Beispiel Metallgehäuse hat, muss man ja sicherstellen, dass diese 230 Volt nicht aufs Metallgehäuse kommen. Weil wenn die da drauf kommen und ich klang dagegen, dann feuert es mal eine und ich liege am Boden. Wäre uncool. Und bei so einem Messgerät haben wir jetzt hier natürlich praktischerweise ein Kunststoffgehäuse. Dann denkt man sich, oh mein, Kunststoff, da passiert ja eh nichts. Also da ist man schon mal auf der sicheren Seite. Es schreibt die Norm aber vor, dass alle metallischen berührbaren Teile nicht stromführend sein dürfen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal mich das hier genauer anschaue, dann habe ich ja bei diesem Koaxialstecker, bei diesem BNC-Stecker, hier außenrum Metall. Und da kann ich jetzt dagegen fassen. Und das ist ganz einfach. Da kann ich das Kind dagegen fassen. Also sagt der Gesetzgeber, man muss sicherstellen, dass auf diesem Außenschirm keine 230 Volt drauf sind. Weil es könnte ja ein Fehlerfall passieren, irgendwo drin fällt ein Kabel ab. Das geht unabsichtlich darüber. Der Teufel schläft ja bekanntlich nie. Also muss man einfach sicherstellen, dass diese Anschlüsse draußen rum keine 230 Volt haben können. So, beim Gehäuse macht man das ganz einfach. Man erdet das Gehäuse. Also man hat ja diese 230 Volt L hier irgendwo, dann kommen die 230 Volt N rein. Und man hat gelb-grün noch irgendwo den, schon ob ich das gezeichnet kriege, den PE. Und somit habe ich auch eine Erde mit dabei, bei meinem Kaltgerätestecker. Und wenn ich jetzt ein Metallgehäuse hätte, würde ich einfach das Metallgehäuse erden. Beim Ostsee schüttelt es genauso aus. Ich erde einfach diese Außenleiter. Die verbinde ich mit PE. Somit stelle ich sicher, wenn irgendwo hier 230 Volt drauf anliegen würden auf diesen Steckern, weil irgendwo drin ein Kabel abfällt, fliegt der Fi raus. Fehler Stromschutzschalter, Bäm. Scheppert zwar wahrscheinlich trotzdem, aber man stirbt zumindest schon mal nicht, was sehr vorteilhaft ist. Und jetzt überlegen wir uns mal, wenn dieser Anschluss hier mit PE verbunden ist und dieser Anschluss hier mit PE verbunden ist, bedeutet das für die Anschlüsse untereinander, also die Außenleiter der Anschlüsse untereinander, dass natürlich auch der Linke mit dem Rechten verbunden ist, der Linke mit dem und Kanal 3 mit Kanal 4. Natürlich auch genauso hier rüber, die sind auch mit verbunden, weil natürlich die alle mit PE intern verbunden sind. Bedeutet also, ich habe eine gemeinsame Masse beim Oszidoskop. Und das ist zum Teil echt ganz schön doof, also da muss man echt aufpassen. Man hat eine gemeinsame Masse am Oszidoskop. Das spuckt uns bei den Messungen zum Teil gut rein. Wir machen eine Diodenkennlinienaufnahme dann. Da werden wir uns das genauer anschauen, was wir dagegen machen müssen. Und zusätzlich dazu gibt es dann ein Video, wo ich die Thematik 230 Volt, was ist, wenn wir hier vorne messen wollen, die Thematik mit euch behandle. Weil die ist richtig kritisch. Da müssen wir dann richtig krass aufpassen, wie wir das hinkriegen, dass das Ganze einigermaßen funktioniert. So, jetzt haben wir hier quasi unsere Außenleiter mit PE verbunden, mit Erde verbunden. Bedeutet, wir haben ein mega geiles Kabel beim Oszidrin. Denn dieses Geflecht hier draußen, dieses Metallgeflecht, das sich hier draußen am Koaxialkabel befindet, das ist Erdpotenzial. Also haben wir einen richtig tollen, coolen Schirm. Das Kabel schirmt uns vor allen möglichen Störungen ab. Und wir können hier auch relativ kleine Ströme mit diesem Innenleiter messen. Deswegen hat man das Kabel auch früher ganz, ganz viel verwendet, weil man da echt richtig schön abgeschirmt ist gegen ganz viele Störungen von außen. Jetzt haben wir den Außenleiter angeschaut, unseren Schirm. Der ist schon mal toll und gut, sind wir happy, wir haben echt eine tolle Abschirmung, wir können richtig toll messen. Jetzt gucken wir uns den Innenleiter an. Und zwar kommt der hier an, wir haben hier so golden Nupses im BNC-Stecker drin. Und das sind in dem Fall Buchsen, der Stift ist im BNC-Stecker, wie ihr jetzt hier auf dem Bild auch super erkennen könnt. Und nun sieht es so aus, dass dieser Stecker vorne, wir haben einmal unser Außenleiter, der geht nach PE, haben wir gesagt. Und dann haben wir irgendwo unseren Innenleiter. Und jetzt müssen wir uns anschauen, wie dieser Innenleiter ins Oszilloskop reingeht. Und da sind wir jetzt beim ganz wichtigen Thema, und zwar bei der Kopplung. Jetzt gibt es, wie ich euch am Ostsee vorher schon gesagt habe, einmal eine DC-Kopplung. Das wäre ein Schalter. Da geht das Ganze eins zu eins weiter. Ich male es euch jetzt einfach mal auf. Dann gibt es einen Wahlschalter, der heißt AC-Kopplung. Da geht das Ganze über einen Kondensator drüber. Vereinfacht dargestellt. Wahrscheinlich ist da mittlerweile schon ein bisschen mehr Hightech drin heutzutage. Und dann gibt es eine Kopplung, die heißt Ground. Und da geht das Ganze einfach auf Masse und gar nicht vorne zum Eingang. Der Eingang hängt da frei. So, und jetzt müssen wir uns zwei Dinge anschauen. Einmal, was macht der Kondensator da drin? Also, was macht jetzt hier unser komischer Kondensator bei der AC-Kopplung? Und, was ist bei der DC-Kopplung zu beachten? Und was sind Gleichspannungs- und Wechselspannungssignale? Und da haben wir ja beim letzten Video, gab es da ja Diskussionen in den Kommentaren. Ich finde es ja mega. Ich finde es ja wirklich mega. Ich male euch jetzt mal ein Signal auf. Hier haben wir die Zeit, hier haben wir die Spannung mal beispielsweise. Und jetzt male ich euch da mal einen ganz klassischen Sinus hinein. Ein ganz klassischer Sinus mit hier oben und hier unten den gleichen Pegel. Ein ganz klassischer Sinus ist definitiv ein Wechselspannungssignal. Denn A erfüllt da eine Bedingung. Er wechselt das Vorzeichen. Wir sind hier positiv. Und wir sind hier negativ. Ein Wechselspannungssignal wechselt immer das Vorzeichen. Wenn es das Vorzeichen nicht wechselt, kein Wechselspannungssignal. Und die zweite Bedingung erfüllt das Sinus auch. Die zweite Bedingung ist nämlich, die Fläche hier oben ist gleich groß wie die Fläche hier unten. Bedeutet, die Elektronen fliegen hin und her in der Leitung. Und die Elektronen, die reinfließen, sind gleich viele, die wieder rausfließen. Dann habe ich euch erklärt, wenn wir hier oben einen Sinus haben, dann ist das keine Wechselspannung. Denn es wechselt sich nicht das Vorzeichen. Jetzt haben wir ein paar gesagt, weil sie sich schon auskennen und das schon mal irgendwo gehört haben, vielleicht, naja, das ist aber eine pulsierende Wechselspannung. Genau. Also es fließt mal mehr, mal weniger Strom rein. Also schnellerer Strom, langsamerer Strom. Schnellerer Strom, langsamer Strom. Also eine pulsierende Gleichspannung. Und dann haben noch ein paar ins Kommentar geschrieben, ja, aber das ist doch eine Wechselspannung mit einer überlagerten Gleichspannung. Und da sind wir jetzt bei einem Punkt, den schauen wir uns jetzt genauer an, weil der ist wichtig. Und genau den Punkt brauchen wir, für genau den Punkt brauchen wir hier AC und DC-Kopplung. Wenn wir jetzt irgendein Signal messen wollen, ganz egal welches Signal, dann müssen wir als allererstes einfach mal grundsätzlich immer mit der DC-Messung reingehen. Denn ganz viele machen den Fehler, ja, ich messe Gleichspannung mit der DC-Kopplung und Wechselspannung, da schalte ich auf die AC-Kopplung. Es kann funktionieren, wenn ich einen Sinus messe, wird es auch funktionieren, aber es ist nicht die richtige Art, wie man das Ganze misst. Ich habe ja gesagt bekommen, dieser Sinus hier oben ist eine Wechselspannung mit einer überlagerten Gleichspannung. Bedeutet, wir haben ein Signal, einmal den blauen Sinus. Diesen blauen Sinus addieren wir jetzt eine Gleichspannung. Und was passiert, wenn man jetzt zwei Spannungen addiert? Ganz normal Mathematik, also da müssen wir uns jetzt gar nicht großartig komplex konzentrieren. Also das kann jeder von euch. Ich mache den ersten Punkt, hier. Hier habe ich 0. Ich mache es jetzt grün, dann sieht man es besser. Hier habe ich 0. 0 plus 5 Volt. Nehmen wir mal einfach einen Wert. 0 plus 5 Volt ergibt 5 Volt. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben hier, keine Ahnung, 10 Volt plus 5 Volt. Oder 1 Volt plus 5 Volt, egal wie viel, ergibt eine Spannung hier oben. Dann sind wir wieder hier. Haben wir 0 Volt plus 5 Volt ergibt wieder 5 Volt. Und wir haben hier unten das Minus 1 Volt plus 5 Volt ergibt 4 Volt. Nehmt es nicht maßstabsgetreu. Kritisiert mich bitte nicht. Und hier hinten haben wir wieder 0 Volt plus 5 Volt ergibt wieder 5 Volt, genau. Und wenn wir die ganzen Punkte jetzt verbinden, die wir addiert haben, kriegen wir hier hinten wieder unseren Sinus, der aber nach oben versetzt ist. Dieser Sinus, diese Wechselspannung, die wir hier haben, das ist eine reine Wechselspannung, AC, wird mit einer Gleichspannung überlagert, DC. Und da gibt es in dem Fall definitiv eine DC-Spannung, weil wir haben keinen Vorzeichenwechsel, das oben und unter der X-Achse ist nicht gleich groß. In dem Fall eine pulsierende Gleichspannung. So, jetzt müssen wir uns ein ganz, ganz wichtiges Thema anschauen beim Ostsee. Wenn wir jetzt auf DC schalten, die Eingangskopplung auf DC, dann wird der Eingang 1 zu 1 durch verbunden und es wird alles gemessen. Das bedeutet, wenn wir jetzt ein Wechselspannungssignal messen würden, kriegen wir den Sinus. Wenn wir ein Gleichspannungssignal messen würden, kriegen wir die Gleichspannung. Und wenn wir das DC, das pulsierende Gleichspannungssignal messen würden, kriegen wir exakt dieses pulsierende Gleichspannungssignal. So, jetzt sagt jeder, was macht er denn? Ah, ja, was brauche ich denn eine AC-Kopplung? Macht gar keinen Sinn. Aber, jetzt schauen wir uns das Ganze an. Die AC-Kopplung hat hier vorne einen Kondensator. Und im Kondensator sind zwei Platten und da ist in der Mitte ein Isolator. Da kommt keine Gleichspannung durch. Durch einen Kondensator kommt keine Gleichspannung. Da geht nur eine Wechselspannung drüber. Und jetzt schauen wir uns mal unser Signal an. Wenn wir jetzt also diese zwei Signale überlagert haben, bedeutet das für uns, wenn dieser Kondensator eine Gleichspannung blockt und nur eine Wechselspannung über diesen Kondensator drüber kommt, bedeutet das für uns, die Gleichspannung kommt nicht drüber. Die fällt raus, weg. Was heißt das für unser Signal? Ich habe dieses Signal, das ich an der Leitung anliegen habe, aber in der AC-Kopplung fällt der Gleichspannungsanteil weg. Das da fällt weg. Und wenn das wegfällt, was bleibt übrig? Das da. Bedeutet, wenn wir das Signal mit der AC-Kopplung jetzt messen würden, haben wir, wer erratet das schon? Natürlich erraten das schon alle, weil die alle gut sind und meine Videos schaut. Wir haben hier dieses Signal da links oben. Also das reine Wechselspannungssignal. Den reinen, wir nennen es in der Messtechnik, den reinen Wechselspannungsanteil. Und da schauen wir uns in einem späteren Video mal, wenn wir mal praktische Beispiele machen, nicht nur so blöde Theorie, da schauen wir uns da mal was an. Jetzt haben wir unsere Kopplungen gemacht. Die Ground-Kopplung ist eigentlich dafür da, dass ich mal grundsätzlich gucke am Ostsee, wo ist meine Nulllinie? Und dass ich meine Probe vorne abkoppeln kann. Ich habe es mein Leben lang noch nie einmal gebraucht. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habt ihr einen Anwendungsfall dafür. Ich habe es noch nie gebraucht. Bei den digitalen Ostsees schon dreimal nicht mehr. Also wichtig, die DC-Kopplung und die AC-Kopplung. Und da einfach nochmal im Hinterkopf behalten. Mit der DC-Kopplung messt ihr alle Signale, egal welches das ist. Da könnt ihr die DC-Kopplung nehmen. Wenn ihr nur den Wechselspannungsanteil sehen wollt, dann messt es mit der AC-Kopplung. Das wären jetzt unsere Kopplungen gewesen. Und nun wieder zurück zum Ostsee. Jetzt schauen wir uns an, warum ich diese 35 MHz nicht mit meinem vollen Peak-Peak von 5 Volt messen konnte. Jetzt haben wir hier unseren Tastkopf. Und ich sage es euch schon gleich vorab, dann könnt ihr gleich ausschalten und sagen, habe ich eh schon gewusst. Schuld dran ist der Tastkopf. Warum der schuld ist, erkläre ich euch jetzt. Denn das Ostsee kann 100 MHz. Das ist soweit schon mal ganz gut, weil 100 MHz, das ist für meine Verhältnisse ausreichend. Ich habe hier 35 MHz ein Sinus draufgegeben. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich habe da keinen Adapter, dass wir das hier reinmachen. Ich muss das hier mit dieser Feder so ein bisschen reinfutzeln. Aber das geht genauso gut. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ihr könnt das hier auf dem Bild ja normalerweise einigermaßen erkennen. Ich drehe jetzt mal die Frequenz runter. Und man sieht das sofort. Guckt es euch mal an. Ich bin jetzt bei einem Megahertz. Ich habe hier einen Peak-Peak von 5 Volt. Also das, was ich eigentlich erwarte. Jetzt guckt es mal auf das Bild. Jetzt drehe ich das hier hoch. Und der Sinus, der geht komplett zusammen. Der wird total winzig. Und jetzt geht das Ganze total krass runter. Und jetzt guckt es mal, was ich euch mitgebracht habe. Eine Bedienungsanleitung. Wer liest sie? Die sind da in diesem... Von den Messspitzen sind die meistens da so drin in den Tüten. Und lesen tut die keiner. Wer nimmt die Messspitze raus, die Tüte wandert irgendwo hin. Ich gehe es mit euch jetzt mal durch, weil es ist nämlich wirklich wichtig. Und ich blende es euch auch nochmal das Bild ein. Also hier haben wir eine Bandbreite von 100 MHz beim Ostsee. Wir können 100 MHz Signale messen. Beziehungsweise besagt die Bandbreite. Bei 100 MHz haben wir 3 dB weniger Signal, wie eigentlich da ist. Das kann ich euch auch nochmal in einem eigenen Video erklären, wenn es euch interessiert. Und jetzt steht hier Bandbreite 1xDC, also Gleichspannung, bis 35 MHz. Und dann sieht man da bis 50 MHz, dann denkt man, hä, was? Und dann steht 10xDC bis 350 MHz. Und da sind wir jetzt bei einem Punkt, den muss ich euch erklären. Wir haben bei diesen Tastköpfen, und das haben ganz viele, ich habe hier noch einen alten Tastkopf von meinem Heath-Kit. Da sieht man es ganz gut, da ist ein Schiebeschalter drauf. Mal 1x10. Und auch das Rigol hat einen Tastkopf dabei, da kann man umschalten. 1x10-Fach. Und bei der 1x-Verbindung, also mal 1, habe ich quasi eine komplette Tuchverbindung von der Messspitze bis zu meinem Eingang. Der Eingang hat in der Regel einen Megaohm-Eingangswiderstand und ein paar Pico-Farad-Eingangskapazität. Schreibt es ins Kommentar, wenn ich da mal genau drauf eingehen kann oder soll. Kann ich gerne machen, wenn ihr das wissen wollt. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Einfachschalter bin, schaue ins Datenblatt rein, dann steht da Gleichspannung bis 35 MHz. Und bei 35 MHz habe ich eine Dämpfung von normalerweise 3 Dezibel. Das heißt, ich habe normalerweise 5 Volt. Ich habe jetzt eine Spannung von 2,2 Volt. Müsste ungefähr hinkommen, schätze ich mal. Ich rechne es jetzt nicht nach. Also wir haben hier 2,2 Volt bei 35 MHz statt 5 Volt. Also das Signal wird gedämpft, weil das Ding bei Einfach einfach nicht mehr kann. Und jetzt haben wir aber halt echt ein Problem. Weil ich würde ja gerne auf Einfach messen, weil ich habe jetzt hier die Spannung 5 Volt und ich will die hier mit 5 Volt darstellen. Ja, da müsst ihr euch jetzt erstmalig überlegen, messt ihr mit Einfach oder messt ihr mit Zehnfach. Und mein Tipp aus der Praxis, manche Tastköpfe haben ganz automatisch diesen Zehnfach schon drin, diesen Teiler, ohne dass man umschalten kann. Und das ist eigentlich die vernünftigere Variante. Man schaltet hier auf Zehnfach und mal 10 heißt das Ganze. In Wirklichkeit ist ein Durchzehn, ich zeige es euch jetzt mal mit einer Spannung weiter unten, mit einer Frequenz weiter unten, weil dann passt nämlich die Spannung zusammen. Jetzt habe ich hier meine 5 Volt PicPic und jetzt schalte ich um auf Zehnfach und jetzt könnt ihr gucken, was passiert. Zack, die Spannung bricht total zusammen. Und wenn wir jetzt reinzoomen, habe ich PicPic von 500 Millivolt. Ich habe also nicht mehr 5 Volt, sondern 500 Millivolt, 0,5 Volt. Also nicht mal 10, sondern eigentlich durch 10. Ich habe jetzt noch ein Zehntel von der Spannung, die ich hier vorne anlege. Ein Zehntel von dieser Spannung kommt hier am Oszilloskop an. Und diese Tastköpfe, merkt ihr euch das, die sind für diesen mal 10 optimiert. Also bei diesem mal 10 kann man deutlich, wie ich euch gesagt habe, höhere Frequenz messen. Wir können bis 350 Megahertz messen. Also allein die Tatsache, wenn ihr nicht wisst, was für ein Signal ihr habt. A, 35 Megahertz oder 350 Megahertz. Ich würde die 350 Megahertz nehmen. Und das andere, 10 Megaohm statt 1 Megaohm, der tut nämlich nicht nur die Spannung durch 10, sondern er multipliziert auch diese Eingangsimpedanz mal 10. Was heißt das? Der Eingang hier, also wir können jetzt hier mit Multimeter messen, der Eingang hier hätte 10 Megaohm. Das ist brutal viel. Das heißt, unsere Messspitze, Prüffspitze beeinflusst unsere Schaltung, die wir messen wollen, auch noch deutlich weniger. Also wir haben weniger Störungen von dem Gerät. Also meiner Meinung nach ist der mal 10 Faktor definitiv die Waffe der Wahl. Ich würde da nichts anderes nehmen. Und jetzt machen wir das Ganze mal mit diesem mal 10 Teiler. Ich gehe jetzt hier drauf, ich habe 1 Megahertz und jetzt drehen wir die Frequenz hoch. 28 Megahertz, 55 Megahertz und wir bleiben fast konstant bei 440 Millivolt, was wir da jetzt haben. Jetzt fragt sich wieder, jetzt hat er uns erzählt, dass das mit dem funktioniert. Jetzt haben wir hier wieder einen Einbruch und die Spannung bricht wieder ein. Ja, ich habe euch nämlich eine Sache nicht erzählt. Diesen mal 10 Faktor, dass das wirklich so gut optimiert ist auf das Ostsee, auf das Kabel und so weiter. Dafür gibt es eine kleine Schraube, an der kann man nämlich drehen, damit man das Ganze nochmal viel besser optimiert kriegt. Und jetzt erkläre ich euch mal, wofür diese zwei Anschlüsse hier rechts sind, weil das weiß auch nicht jeder. Man hat da rechts zwei so Anschlüsse und keiner weiß, wofür die gut sind. Die geben ein Testrechtecksignal aus. Wir gehen also mal mit der Prüffspitze da drauf, dann seht ihr, wovon ich rede. Wir haben ein Rechtecksignal. Und jetzt sagt jeder, bei aller Liebe, was du uns erzählen willst, aber ein Rechtecksignal ist das keines. Stimmt, denn der Tastkopf ist nicht, wie man es nennt, abgeglichen. Und diesen Abgleich macht man jetzt mit dieser Schraube. Und normalerweise ist da immer so ein Kunststoffschraubendreher dabei. Bitte wirklich einen Kunststoffschraubendreher nehmen, damit es nicht das Messsignal wieder verfälscht. Wenn wir jetzt mit diesem Kunststoffschraubendreher hier oben an dieser Schraube drehen, dann könnt ihr mal gucken, was passiert. Diese Huppel gehen nach oben und gehen nach unten. Und jetzt muss man das Ganze so einstellen und so hintrimmen, dass wir hier eine gerade Flanke oben haben. Also wie hier. Einen geraden Strich, der darf nicht nach unten oder nach oben weggehen. Und mit diesem geraden Strich schauen wir das Ganze jetzt nochmal an. Wir gehen auf unseren Eingang. Ich drehe hier auf 50 MHz. Ich drehe hier runter auf 1 MHz. Und jetzt sieht man, das Ganze bleibt auf dem identischen Pegel. Wir haben hier 400 Millivolt. Da ändert sich nicht wirklich was. Also ich habe jetzt auf 4 Volt runter gedreht, warum auch immer. 5 Volt Amplitude. Ich habe hier 500 Millivolt. Egal bei welcher Frequenz ich das Ganze angucke. Da ändert sich nichts. Die Frequenz bleibt jetzt absolut stabil. Und dafür hat man diesen Drehknopf. Diesen kleinen Drehwähler hier. Zum Abgleichen des Tastkopfes. Der kann hier sein, am Tastkopf. Der kann schon von Grund auf abgeglichen sein, der Tastkopf. Dann habt ihr gar keine Schraube. Oder bei manchen Ossis kann die Schraube auch hier unten irgendwo sein. Da wo man das Ganze, den Tastkopf ans Ossi anschließt. Ja Leute, jetzt haben wir wieder ein paar coole Sachen durchgemacht. Ich hoffe, die zwei Themen, die wir heute behandelt haben, helfen euch weiter. Damit ihr wisst, wie man das Ganze misst. Und Discord, auf jeden Fall ins Discord rein. Da geht es richtig ab. Es ist Aktivität ohne Ende. Abonnet vergessen macht sowieso momentan wie blöd. Ich habe 17.000 Abonnenten, wo ich gerade das Video drehe. Also es geht ab. Wied, Schmitz, Katze, Hammer. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr irgendetwas über das Ossi speziell wissen wollt, schreibt es eh immer brav unter die Kommentare. Ich notiere mal das alles. Ich werde jeden Punkt, den ich behandeln kann mit dem Ossi, solange ich es noch hier als Leihgabe habe, ich werde jeden Punkt davon behandeln. Also von dem her, einfach in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video.